Deos, grüßt dich unterloben, meine Freunde, wenn ihr seid herzlichen Willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online Customer bringen und wieder mit dabei ist der liebe Playgestalt. Hiiii. Und der liebe Murkel-Floh ist auch dabei. Ah, der gute alte Murkel-Floh. Wer kennt den nicht? Der Murkel-Floh. Ach, Mist. Ey! Floh, verpiss dich! Nein! Zu früh gelenkt. Ah, verpiss dich. Nein! Ha, ha, ha. Ha, ha. Huch, nein, der nebengesprung! Das wäre zu geil gekommen. Leute, ihr seht wahrscheinlich, für die, die kein Battlefield auf meinem Kanal gucken, ihr seht doch oben links in der Ecke meine Facecam plus einen Rahmen. Ach, Floh, du blöde Sau! Wenn der Rahmen, beziehungsweise die Facecam zu klein ist, ja, sag das mir mal bitte, dann mache ich das für die nächsten Folgen nochmal größer. Mach die Facecam größer und das Gesicht kleiner. Ach, sei doch leiser. Äh... Ja, jetzt hast du mich aus dem Faden, aus dem Konzept gebracht. Aus dem Faden gebracht? Ja, aus dem Faden gebracht. Nein, wenn sie zu groß ist, zu klein. Wie rum? Ja, ist okay. Jetzt überleg halt nochmal eine Stunde und dann weißt du es auch. Ja, also wenn sie zu klein ist, mache ich sie größer, wenn sie zu groß ist, mache ich sie kleiner. Boah, ist das fies. Ohhhh... Nein! Oh, Mann! Das Motorrad reagiert viel zu... Oh, komm, was denn das für ein scheiß Start, ey. Ah, übrigens, ich muss mich... Oh, ne, ne, ich sitze... Ich muss mich ganz kurz entschuldigen für die letzten Aufnahmen. Da gab es ein paar fiese Ruckler. Da, das war diese verfluchte Session. Und, ja, jetzt sollte hoffentlich alles ein kleines bisschen smoother laufen. Von dem her... Machen wir ein kleines bisschen. Ja, viel fehlt ja nicht, ne? Nein! Warte mal ein bisschen. Nice! Was? Was für ein Bug? Ich bin so leicht auf dem Container hochgefahren, auf einmal bin ich nach rechts runtergeslide. Huch! Das war knapp. Wow! Iaiaiaiaiaiaiii... Nein, bleib doch da- Oah! Ey! Was ist das für ein scheiß? Spawn. Ha! richtig schmuf du ich aber auch nur weil ich mich konzentrieren ich so gar nicht ich gerade gar nicht ich glaube ich muss mehr ich glaube ich muss mehr reden damit es funktioniert hey tommy du lappen was kannst du eigentlich ich glaube er kann mehr als du ich glaube er ist weiter als du ja glaube ich auch ich bin noch nicht im gta-film ich mir fehlt noch der flow nicht der flow ich fahre schon das ziel ja da war eine runde ah nee hey da ist ein pool das hat wirklich geklappt so da ist das ziel ich fahre putz jetzt da easy ja zum glück muss der flow auch noch erst rein sagen das war mal die leichteste map die hier gespielt habe gern geschehen na endlich habe ich diesen schwulen checkpoint hier ach du bist erst da what the fuck die Leute sind beide erst da ja ich habe ein bisschen probleme genau solche probleme hallo pool ja dann geh halt eine runde schlafen alles klar der flow nimmt für mich auf okay gute idee ja was nein hallo was nein komm Flo du bist verkacken ordentlich gemacht meinst du den flow na ja nicht ich hey Flo was soll das die blöde Sau schubst mich runter der leuchtet hier richtig hin hey Flo machs gut machs besser vorsichtig easy tschüss Flo war schön mit dir da bin ich richtig schnell durchgefahren überall nur bei der kurve habe ich einmal gebremst bei welcher kurve hier da gibt es eine kurve ich dachte wir müssen geradeaus fahren ja und da bin ich komplett mit fullspeed runter bis zum letzten mal kommen ja das ist doch nicht mein problem ich mach das jetzt safe dadurch dass ich eh nicht mehr gewinnen kann geht es ja nur noch drum den flow zu schlagen und das ist ja eigentlich kein problem weißt du ja du bist falsch ich merke ich auch gerade du bist rechts runter auf die rampe also auf den kran das habe ich natürlich sofort gesehen ich wollte den zuschauen einfach nur zeigen wie es nicht ja wie es nicht geht ja du sagst es hey Flo wo bist du gerade oh hinter dir er ist genau hinter dir und er leckt so dezent oh ooooh oh 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 easy jetzt vorsichtig runter hey Flo was soll denn das ja ich frage mich warum du dir da so Zeit lässt ah safety first so bis ganz nach hinten durch und dann links unterspringen hm ja oh du musst rechts runter springen ist ok exe... alter ich kann halt nicht mehr reden accepted so und runter links weeeeeee au mit ein bisschen speed rüberspringen ach da rein muss ich ich bin direkt reingejumpt in dieses kleine loch ich bin schockiert aber wir wissen ja alle dass du auch an hast ja genau da bin ich wer entjumpt gehst du gar nicht KASCHAN so wer das erste schafft ist Bro oh did it wo ist es denn da unten tschüss Flo war schön mit dir hey Flo ich würd mich an deiner Stelle echt ärgern ich hab extra langsam gemacht und du bist trotzdem nicht durchgekommen NEIN er hätte es noch geschafft komm Flo dann packst du es jawohl und schnell runter links falsche richtung falsche richtung Flo falsche richtung naja das hat er auch noch gepackt ach man wir sehen uns gleich wieder bis gleich bis gerade jo da sind wir schon wieder zurück zur zweiten map des heutigen Tages die anderen sind auch noch leider mit dabei kann man nichts ändern du bist ein Arschloch bist du du bist ein Arschloch du bist ein Arschloch ich bin durch diesen Drecks Windschatten drüber gefahren obwohl ich extra abgebremst hab weißt du ich hab den Punkt geholt auch lol das Cheater weißt du hey Flo ja verpiss dich nein heute nicht hey Patek ja oh 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 danke scheiß die Wand an das gibt's nicht ne danke na hey Flo du hast es trotzdem nicht geschafft hehehe ist doof ne oh ne nicht die Map nicht die Map oh Gott wie nicht die Map au verdammt ich kenne die Map ja kennst du ich kenne die darfst du gar nicht kennen doch die kenn ich warum kennst du sie und kannst nichts dagegen machen hm im Livestream haben wir sie gezockt aha der alte Livestream ja und dann müsstest du ja im vorteilen aber hab ich schon wieder nicht das Gefühl achso ne ist ist doch nicht die Map lol aber der Map die ich kenne wärs jetzt unten reingegangen ins Parkhaus bitte was für ein Parkhaus da wärs jetzt unten reingegangen ins Parkhaus ah so Mist ist der Sprung lang? welcher? der wo ich grad drüber gesprungen bin? ich wollte einfach nur ein bisschen Speed haben achso macht Sinn hey Flo ja ja du hast verkackt hab ich nicht ich bin jetzt irgendwo hinter euch ja leider bist du direkt bei mir und der Schafflers zieht natürlich wieder weg ja du kannst dich mal oh man ja Hochmut kommt vor dem Fall in dem Fall bist du eher gefallen dann freue ich mich fliegt runter ja sag ja der Klassiker huch hä? oh sie sind schon wieder bei mir oder einer von denen meinst du mich? ah Mist scheiße ich fahr die Rampe runter hey Tommy sorry 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 nö uah boah ich werd ja richtig nach hinten katapultiert was soll denn das so what wie das ach ich hab ein Idee ich hab ein Idee ich hab ein Idee ja ich hab ein Idee verpiss dich Flo was soll das hör doch mal auf man dieser Flo ne der geht mir schon ganz schön gewaltig auf den Sack ne was ist denn das? hey voll der grind so jetzt vielleicht neu was ist denn das für ne scheiße hier grad gewesen hast du irgendwas geraucht? ja äh okay äh tommy? ne okay ja es gibt's wo bist du jetzt effektiv lang gefahren? du bist denn da wo die Punkte hin zeigen du bist so ein Witzbold ja ja ich weiß ja nicht wo du bist alter immer noch dort wo du jetzt wo wir uns beide das letzte mal getroffen haben ja direkt spawnen und dann ist so eine kleine Hauskante und dort mit Wheelie drüberfahren ja du jumpst nur rum probier ich mal aus ja genau ich bin voll gegen das Haus gefahren das ist nichts in der Sache ne bist du sicher? ich komm da nicht hin ja wo geht's wie denn? links an der Seite musst du fahren so hoch ja da habe ich es vorhin auch probiert das hat aber nicht funktioniert runter ist das Ziel ich komm nicht hoch hier sind sie drinnen das gibt's doch mann naaah aber irgendwer werden die Maps immer leicht haben ach das war scheiße guckst du grad zufällig mir through Tommy? ja au das ist die Kante oder? wo du meinst ja ja du darfst nicht zu viel wie du machen und du musst wenn du merkst dass du auf der Höhe bist musst du wieder gerade äh ja dich gerade machen total ah lol ah lol dann wirst du so hochgeglitscht ah ja ah verdammt so Flo! ah der Flo ist auch gleich im Ziel ja das ist ja das doofe der soll warten ne Flo er hat auch nicht auf dich gewartet ähm ach wassup gib Gummimann gsg toll lol er ist wirklich reingefahren kannst du es noch schaffen damit habe ich nicht gerechnet mit der Ecke habe ich nicht gerechnet kannst du es rechnen? hä? kannst du es rechnen? auch äh schaffen kann es nicht mehr ne ah was soll denn das? nicht wenn das so scheiße wäre er schafft es nicht mehr ach hier gehts lang er schafft es nicht mehr er schafft es schon von Anfang an nicht cool aussehen hehehe ich habe wenigstens ein schönes Porträt vor mir ja würde ich sagen drück den Daumen hoch wenn euch das Video gefallen hat ja der Link zum Playgestalt ist wie immer in der Videobeschreibung genauso wie zu meinen Social Media Plattformen sprich Instagram Facebook und Twitter könnt ihr mir gerne folgen und auch schreiben ja würde ich sagen danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal haut rein adio adio bis zum nächsten Mal